ha hallo liebe Community Familie und Zuschauer ich bin's wieder Team und Co mit der siebten Folge von Deadpool ups so das wird bestimmt Spaß machen ich sollte mal ein bisschen was investieren old school ok Uzi mehr Schaden, warte, kann ich das nicht, weil der hier ah, kann ich hier noch nicht aber hier können wir wieder was investieren erhöht die Anzahl aller Wurfobjekt um zwei drei mehr Munition und das muss ich einmal mal haben und jetzt kann ich mal ein bisschen hier gucken wieso musst du mehr Gegner mit dieser Waffe töten ah ok Kaufen wir uns das, you know zu wenig kostet hier noch was und und zack und ach so, schön mal die Energiezelle rein da kachin kachin und nochmal und nochmal kachin wow he just blew right up nerf nicht freundchen na ne oh ganz deutlich aufgeräumt wird ich muss sagen kachin kachin das super ja auf den Schritt gezielt ja auf den Schritt gezielt r 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 an der Piste. Oh, da jetzt hier. Ich hab das Sagen. Ich bin der Puste. Du bist nix. Ich hab das Puste. Du nix. Mhm. Okay, Bill. Ja, aber... Great, Cable. Thanks, awesome, bye. See you at the end of traffic. Da einen Abspann. Dammit, Wade. Oh, geil. Oh. 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 Oh, yeah. It's cool. We totally meant to do that. Yeah, we're gonna call bullshit. Ja, ja, ja. Und tschüss. Der Todesstiebe. Oh. Scheiße. I think I'm getting the hang of this. Yeah. No. I don't think so. See. Best plan ever. Best plan. Yeah. 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 Oh. Sinister is here. I can feel him nullifying my powers. I can't hold on much longer. Just hang on. Hostile sighted, open fire! Come Sean. Going down! Deadpool, I'm slipping! Hold tight, Rose. I'm killing these bastards as fast as I can. Fazey wall dudes again. Those guys are tricky. Oh shit. Oh shit. Wait till Sinister gets his hands on you. Isn't that blockbuster? Shit. That's not good. This is gonna hurt! Oh. Das. Tart. Sehr toll. I gotta get my hair out straight. Nice ass. Wait. That's our ass. We'll need to find our arm to twist the head back on. Damn it. Even the controls are backwards. Pretty confusing. Come on, Blair, figure it out. Is that Mr. Shuggums? What's he doing down here? Hey! Well, the mud has good taste. Yeah. Die Steuerung. Stop it! Stop it! Don't make me shoot you, Bubu! Come on! Don't you have balls to lick? Come, come lick my balls. Hehe. Lick meine balls. Alter. You want a tree? Okay. Now don't go anywhere. Alter. Die Steuerung ist... Für... 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 Den... Arsch. Gib... Er... 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 Ja. Ich könnte noch am Leben sein. Und tot. Was macht man denn da? Ja, schönes Gefängnis würde ich mal sagen. Hm, hier geht's weiter. Oh, gespeichert. Sehr schön. Also ich muss da runter. Ja, schönes Gefängnis. Ja, ja, ja. Oh. Get ready. Man, this is not going as hard. Shut you up. Oh, shit. Sprint it on. We found our exit. Good job, Player. Ha. Bad guys down here are a lot freaky. So, what are these guys supposed to be? Look like some kind of defective clothes. Oh. in meinem eigenen fall kann ich nicht reinlaufen das ist schon positiv wieder über 100.000 neuer waffe am start ja ich habe eine neue waffe was wollen sie mit batterien zack und mal gucken was ich hinter dieses tauschen oh bücher dach oder neuer verbesserung zack ich mag die waffe die gefällt mir mal und ich werde hier fast runter gefallen vielleicht muss ich auch da runter sehr schön ok gut 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 wo bist du deadwood ein schatz wird dich befreien rein oh boletten ja blockbuster wirst du dicks hang out here often haha dicks das kann ich nicht das kann ich nicht als zent verwenden nein nein fröhende nach honorable hätte und dann komme ich mal ein bisschen näher und zack, 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 mal schnell die in der Ruhe, da geht es abwärts oh man, wieder ein paar neue Verbesserungen vielleicht mal eingesetzt und schön in der Luft zerschnetzeln oh man but is it big enough Kopf zurückschießen, alles klar also ich finde es ich finde es einfach cool und tschüss mal jetzt auch mal ein bisschen mit den anderen Waffen arbeiten ok, jetzt nix und hinter dir stand ich, mein lieber Freund ich will mich noch ich will mich noch ah, so fuck hier ist dicht ah, ich feier ouch na, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht na gut kann passieren ist halt jetzt so kann man nichts machen ich bin das ist gut oh mein Gott, was ist das? warum ist das passiert? we need to make a quick bow Peter, Steppool, was the hell is High Moon doing to my game? Alles klar, in dementsprechend verabschiede ich mich von der siebten Folge und sage wie immer Zuck gut, ciao, bis zum nächsten Mal Euer Gematiko ist raus Kurz und schmerzlos, Leute Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts Rechts auf der Säule, ein anderes Projekt Schaut da mal rein Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal Lasst mir was da Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will Schaut da mal rein, in dem Sinne Zuck gut, ciao, bis zum nächsten Mal